Lässt man zwei Gegenstände, wie zum Beispiel Bälle fallen, so sollten diese gleichzeitig am Boden ankommen, da auf beide die Erdbeschleunigung wirkt. Ihre Geschwindigkeit sollte sich pro Sekunde um 9,81 Meter pro Sekunde erhöhen. Befinden wir uns in einem luftleeren Raum, so wäre dies auch der Fall. Auf der Erde fallen Gegenstände jedoch oft unterschiedlich schnell zu Boden. Der Grund dafür ist die Atmosphäre der Erde. Fällt ein Gegenstand zu Boden oder wird er geworfen, so erfährt der Körper eine Widerstandskraft durch die Luftmoleküle. Diese nennt man Luftwiderstand. Umso kleiner die Dichte der Luft, umso kleiner ist auch der Luftwiderstand, da weniger Moleküle durch den bewegten Gegenstand verdrängt werden müssen. Auch die Oberflächenbeschaffenheit spielt eine Rolle für den Luftwiderstand. Paradoxerweise kann eine glatte Oberfläche einen größeren Luftwiderstand mit sich bringen. Zum Beispiel haben Golfbälle Dellen, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Diese sogenannten Dimpels verringern den Luftwiderstand um bis zu 50 Prozent, wodurch der Ball weiter fliegen kann als ein glatter Ball. Dellen